Moin moin liebe Xperia Gaming 4K, ich bin's euer Thomas, mit dabei der Alex, wie gewohnt im netten A3 Bild und wie sich sicherlich schon einige gedacht haben, geht's weiter mit den A3 Apex Missionen, endlich mal haben wir die Zeit gefunden, nachdem die Ausbildung begonnen hat und ich würd nur sagen, wir fangen mal aktiv an jetzt zu zucken Mission Nr. 4, Herz der Dunkelheit und was jetzt losgeht, werden die uns mal erzählen, in der Zeit halten wir mal kurz unser Maul das ist richtig natürlich müssen wir jetzt auch hier erstmal warten los geht's los geht's erstmal wieder das geile Intro ja dann lass dir jetzt mal erzählen, dann würde ich behaupten so das ist okay let's get started what's the latest warlock warlock looks like it blue cap provided a location can you bring it up one sec compound's here, east of this remote village we have assets in route to the area now their insertion should be here what's the execution? this is snatch and grab sounds simple what about NATO support? we're talking about inner circle leadership here, ex paramilitary types, they'll spook, easy small strike teams got a better chance of getting the job done, we'll get in and out with our boats we'll get in and out with our boats I'll connect the feet hack dir dem seine Fresse, die du links gesehen hast den müssen wir kriegen see fliegen ich nehm mal wieder schöne meine Automatik Schütze und ab in den Ansatz ja der meint du du sind hier da ist da 4 Sekunde watchtower, radar 1, radio check over workable, wait, just clicking on now that's me set up at the blocking position radar 2 is ready to move on warlock now over roger, when you're happy step off out pass in your core radar 2 make a light ich lege vor, du hättest die Möglichkeit, wenn die das mal auf Deutsch synchronisieren wollen, ne? da eine Sprech... äh... eine Rolle zu sprechen hast du Infrarot? ja den mach ich nämlich Nachtsicht aber bald auch habe zu, ne? baum oder so, ne? dafür im Anschluss, ne? hast du ja sein Gesicht gesehen nur so halb er hat ein Tattoo am Hals das ist wichtig, dass sie den wenn wir umschießen oder festnehmen besser wäre wohl wir nehmen ihn in Gefangen den zumindest, nehmen sie ihn in Gefangen ja gut, ne? wenn er tut, ist er tot, ne? so oder so er kann keinem mehr was tun ja dann gibt's kein Bierchen denk dran wichtig, mit Kompass Angaben geben ich weiß, ich mach den grad nicht zum ersten Mal, Alex, du brauchst mir so was nicht erzählen alles, ich war Gruppenführer beim Taktik-Clan, also Schnauze war mitgespült das war ja nix, das war nur 815, weil keiner Zeit hatte recht Kontakt, 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 Kontakt sind auf 20 Grad ungefähr ich seh' ihn könnte ausschalten ich hab' ein Scharfschützengewehr ich seh' ihn warte spart'n neidkwesichner hab' ihn hab' ihn neidkwesichner dabei wer hat mir jetzt noch geschrieben, alter auf einmal gibt's mal WhatsApp ein sickes Scope, das ich da hab' Faktor hier kann noch mehr los sein, ne? hier ist ein Taktzeug da kommt Kontakt auf warte ich seh' mein Kompass nicht auf ja, nur grad ja, ich seh' soll ich Beschuss aufnehmen, oder? warte's denn bei rück' mal kurz vor ja, der geht nach links, ne? ja, ich rück' mal kurz vor ja, ich rück' mal kurz vor soldier 100m front ok, dann schau' mal aus dann halt der läuft halt ok, der läuft zurück warte, bis ich wieder freie Sicht hab' Fabin du brauchst mir zu lange hast du geschossen? ja einer tot da rennt aber noch einer rum der ist an der Alarmbereitschaft wo denn? Richtung 240 grad ungefähr der scheiß Baum lootsch mich mal grob wow kein, kein Sichtkontakt kein Sichtkontakt kein Sichtkontakt kein Sichtkontakt Foto du brauchst ne, kein Sünder ihr habt ihr die 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 hier nochmal die Wartern im Punkt wo ist noch Waffen? Hier sind welche auch keine ich warte auf dich, komm hier hin im Haus stehe Winkelseite drin ist auf jeden Fall Kontakt Semper, warte Digga, ich jetzt soll ich noch raus wenn ich hier links von mir ist einer aus okay bei dir mach die Tür auf, ich schmeiß ne Granate rein keine, lass mich lieber vor mach du die Tür auf, ich geh vor warte nicht vor die Tür nicht vor die Tür ja, sagst du mal so, dass ich rein kann abgeschlossen kann ja, würde ich was sagen Kontakt, Kontakt, um ein Feld stand bei, alter ja, ich hab grad, ich hab grad richtig Deezing, FPS an ich hab ihn einschossen hast du ihn? ja, mit 10-0-7 10-0-7 ja, ich hab ihn da ist einer drinnen, Achtung das ist der glaube ich oder Digga große Bombe watchtower, sitrep, or poxspin 3D2, be advised, we've lost comms with radar 1 be careful, out diese Spezialtruppen mach dich bereit auf'n richtig heftigen weißt du, die Krämpfe, nur gar locker von, kommt das wird scheiße, tut's weit, wa? fuck in welches ausgehen wird das hier in den drinne in den drinne in den drinne Schlager von wo? man, 100 m left jetzt sagen ja, aus jeden schuss entding ja, was sollen wir hier machen? müssen wir jetzt campen, oder was? Digga vorlock gefangen vorlock gefangen ja, aber masch, wo bist du denn? vorlock gefangen vorlock gefangen vorlock gefangen da ist die laser pointer konzert mhm auch in unserem haus jetzt aber wir müssen nicht so lange hier drin bleiben oder die kommen oder selbst du hier so wenn es da hinten raus ist gehen würde alex ist einfach nix und das ist ein burschen rechts von uns womit bald die richtung mit meinem laser pointer in die richtung ich weiß eine granate in die richtung achtung warum ist die dahin geflogen da unten sind sie wo denn markier mal markiert wenn ich mal sieht einer wie sieht einer an recht null fest herr mal anzüge an bei mann nicht geht es tut dann habe ich eine menge müssen dahin alter ja sicherlich mal wort man zu mir kann ich zu dir du vogel ob da wo ich jetzt kann warte da müsste irgendwo sein ich sehe nichts ich sehe schon so anna das ist es ist er muss richtig nah bei dir sein und wir gehen jetzt weiter zu dem Punkt wo angeblich warlocker fangen das ist Looks like another hack, Watchtower. Fantastic. Over. I don't know what you're trying to tell me. We did everything you asked. What did you expect? That we could manage them alone? It was your man who found... Watchtower, is this what I think it is? You do not want to die today. Lower your weapon. Very good. Be careful, Stenway. Watchtower, what's our play? Over. Rater 1, primary exfil compromised. Heavy enemy QRF moving into the area. Mounted and dismounted packs. Over. New tasking. Your call sign complete. Just to move to the secondary exfil. Over. Roger, your last. Moving now. Interrogative. Can you confirm the origin of these broadcasts? Over. We have intel working on it now. Just focus on the task at hand. Out. Rater 2, move to grid 023061. Will RV accept grid. Out. Digga, first of us find here. There you are. There are popping flares Raider 2. Be careful. Out. I need to get to that. I need to get to that. Don't get an idea. There are popping flares Raider 2. Be careful. Out. Böser, mal los, oder? Nicht! Ausschalten! Oh, fuck! Die andere Waffe! Weiter weg! Weiter weg! Weiter weg! Weiter weg! Wo getroffen? Hilfe! Alex! Ich überlebe dich! Ich smock uns mal ein! Er war auf direkt hinter dem Stein, wo das Zeichen ist. Sehr höher! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn geschossen! Da auch noch! Alter, schon wieder! Ich respawn! Ich habe ihn geschossen! Nate geschmissen! Ich habe ihn geschossen! Er war gesichert! Oh, fuck! Rechtsum. man bald dass mich hier stelle ich will also du brauchst du äh ne ich bin ich hab mich in den Kopf getroffen was hast du genommen Grenadier dass ich im Notfallunterlauf hinfliegen lassen kann ja ich hab einen Aufklärer, hat das auch einen Grenadier ich bin als sehr sichtbar aber Fahrzeug unten Warte ich guck mit Empfehlungsmesser keine Person vorhanden doch 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 bleib stehen bleib stehen hmg ich kann den ausschalten krieg dich nicht warte Tatsache Standby 311 Meter wir fährt weiter fährt auf und zu nehmen wir Unterlaufgranaten Räler, Räler sind hinten weg alter äh ich bin instant tot warum hast du darf ich auch du sagst du sollst warten ne vier 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 In den Panzerabwäschertür für Fahrzeuge. Ich kann jetzt nur noch auf nahe Distanz, ne? Weil ich kein RCO habe. Fahrzeug fährt hier irgendwo rechts von uns. Das ist jetzt erstmal unser Hauptziel. Wo ist das Fahrzeug? Da unten im Wald in Kontakt, erwarte. Die Lichter? Aber wir müssen erst das Fahrzeug eigentlich fickern. Wir warten mal ab, was die machen. Oder kriegen wir die weg? Soldier, 100 Meter, Front. Leute. Ich glaube, ich sehe den Typen. Soldier, 100 Meter, Front. Rollt einen aus, Achtung. Geht, Alter. Waffe. Einer ausgeschaltet, die mit der Lamp rennt. Das ist weiter. Rifleman, 100 Meter, left. Fahrner weg. Er rennt auch noch. Fahrner weg. Komm immer mehr. Das sind relativ alle weg. Ja, das ist weiter. So, rechts von uns ist irgendwo das Fahrzeug. Ich hab's. Ja, wo? Da oben waren Lichter. Fahrzeug in Bewegung. Komm zu mir. Fahrzeug momentan auf. Unkontakt. 200 Meter, Front. 350 Grad. Ist weg. Wir können weiter. Kommst du? Fahrzeug in den Nahbereich. Vor uns irgendwo. Kommt wir berg runter. Wir sind weg, 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 weg. Und nicht. 200 Meter, Front. Warte. Wenn du hast wirklich freie Schussbahn. Mehrere Kontakte sind Warte, wir gehen näher ran Wir gehen weiter Richtung AO Ich hab Panzerfaust in der Hand In Einsatz Problem ist da ήm sind noch mehr Kontakte Die alle ausschalten aber Achnya Fahrzeug steht, Fahrzeug steht. Feuer frei. Rückstraktion frei. Ja. Fuck. Bin dort. Warte, ich hole dich. Bin dort. Ich kann nochmal als MG Schütze wieder. Naja. Na ganz ganz gutes Stück, bis bis zu dem Extraktionsding. Wir haben grad mal fast die Hälfte. Das ist jedes Mal ein längeres Video kann ich schon mal nebenaborten. Auch wenn's jetzt schon fast eine halbe Stunde geht. Das Video ist jetzt schon 6 GB groß, ey. Weiter geht es los! wie sonst sie da bleiben. die treuen um ihr Auto Ja, noch ein Kontakt da. Übernehme. Hey, zieh zu, dass du herkommst. Da sind noch mehr. Komm einfach her. Wir kämpfen. Wir ficken uns sonst. Komm hoch hinter den Stein. Die sind weg. Die sind weg. Glaub ich. Die sind tot, jetzt komm her. Wir sind im Wald von uns Kontakte. Klaus-Kontakte, stimmt. Kommt eine Granate raus, Achtung. Jetzt siehst du, dass wir weiterkommen. Achtung, hier sind direkt Kontakte, das ist nicht... Da war was. Hm. Macht Spreit für Feuerwerfer. Kontakt, Rifleman. Infantry. 100 Meter left. Kontakt, Car. We've got an enemy. Soldat, 75 Meter left flank. Truck, 100 Meter left. 2, 2 sind noch sicher. Was ist denn da, was ist der Paper? Testspiel? Ja, wir sind jetzt noch sicher. Ich will einfach über die Scheißstraße runter Ich kann aber nicht dazu die ausgeschalten alle MG ausgeschaltet Ja unter uns ist auch weg, jetzt komm Siehst du, dass du herkommst Ich bin im Feuergefecht, immer noch Ich bin auf der anderen Seite Ne Digga, wo bist du ein Gans? Wie oft noch, bei dem LKW fast Wir sind nicht so weit weg Hinten bin ich Ja Digga, was machst du auch direkt beim Truck, ey Doch, wir müssen die Harte attackieren Weil die einen MG haben Man, 75 Meter, Front Meiner weg Meiner weg Rechts im Wald auch, Kontakte Nehmen uns als nächstes vor Hier jetzt Richtung Exfiltrationsfeld, Alter Ja hier vorne sind direkt Kontakte Ja und wir können hier auch laufen Hallo, wir sind eine Zwei-Mann-Armee Ja und die vor uns auch, oder wie? Weißt ja nicht Ich kenne keine Armee, die das Ah man, so macht So, dann so So auf den Tisch gedrückt Sehen uns 75 Meter, left flank Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns 75 Meter, left Bisse Aber wenn die Flair uns beleuchtet, sehen sie uns Ja Schalten wir weiter in den Nähe Richtung Nein, es waren zwei Manns Squad läuft aber Richtung Süden Süden? Ne, Osten So, uns sind auf jeden Fall zwei Männer Ich hab's ja gesagt, guck vor Du hast die Link- Ja, war bei MG-Glotz vor Wir haben nur 100 Meter, das schaffen wir It's easy going Sag mal nach Wir machen hier bei der Baumreihe einmal kurz eine Verschnaufpause Falls Feuer überfall oder sowas Weiß man ja nie, ne? Achso, wir sollen schon einstellen Ja gut, dann hauen wir ab Alles klar Der Zomack Mit dem Zivilzomack Alles klar Alter, diese, diese, diese Gegebenheit hier erinnert mich grad an eine bestimmten Mod-Map, Alter Aber richtig nice Hatten wir damals in der Von unserer Taktik-Clane richtig geile Michan Ich hab kaum noch Monit dran Genau Ja Hauptsache wir sitzen hier mit unserem Xperia Gaming auf dem Arm Truck How's the Arm back there, buddy? It's like a motherfucker, Riker Packed it Scrapped 3 FFDs on her Bleeding stopped What the fuck just happened? I think we'll find out soon enough Glaublich wie viel das dauert noch ein bisschen länger als nur dieser kleine This shit again? Oh, schönes Gerät Er ist tot Hold it there Play that back You haven't told me everything, have you? It was unrelated to the task force, not your concern Looks like you just made it my concern, Major Oh Nice Joa Also das war mal Nice War mal was anderes Also wo wir so zwischendurch ein paar mal gehackt worden sind Aber gut Thomas Beide zusammen hier Wir haben beide 90 Kills Nachbesprechung Bei der Mission Joa War mal was anderes Mit diesen ganzen Zwischensequenzen da Ich weiß ja Von wegen Alter, da hängt uns jemand Das war schon lustig Was natürlich nice Wäre vielleicht eine deutsche Synchronstimme Für die Mission Naja, aber Man Man kann ja keine Eier legen Man will mich sauer haben Will ich auch gar nicht Ich würd mal sagen Das war's dann Für jetzt Nächste Mission Könnt ihr euch schon mal drauf holen Extraktion Extraktion Ja War richtig Ich musste grad Es nur überlegen Was? Ähm Ich würd mal sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein auf draus Bis zur nächsten Besichtigung Ciao Bis zum nächsten Mal